Meine lieben Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich möchte auch ganz herzlich alle diejenigen begrüßen, die heute das erste Mal zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Und ihr seid vielleicht das erste Mal in so einem Gebetshaus. Wir sind sehr froh, euch hier sehen zu dürfen. Und noch mehr, Christus freut sich, euch hier zu sehen. Meine Lieben, wisst ihr, als ich im Alter von 14, 15 Jahren war, da war es einmal so, dass ich mit meinem Vater durch eine dunkle Straße gehen musste. Und als wir so durch diese dunkle Straße gelaufen sind, da bestand die Gefahr, dass man irgendwo hineinfällt. Ich habe in Kasachstan gelebt. Und da war so eine Zeit, wo man die Kabel verkauft hat und die Gullideckel verkauft hat. Wir sind ungefähr um zwei Uhr nachts mit meinem Vater gelaufen. Und als der Vater mit seiner Taschenlampe geleuchtet hat auf die Straße, auf einmal war vor mir ein offener Gulli. Der war nicht sonderlich tief, aber es wäre sehr unangenehm, da hineinzufallen. Er hatte eine kleine Taschenlampe, und diese Taschenlampe war für uns ein großer Nutzen gewesen in der Zeit. Und diese Taschenlampe hat rechtzeitig geleuchtet. Genau in dem Moment, wo es noch einen halben Schritt entfernt gewesen ist. Und, wisst ihr, in der Bibel stehen folgende Worte geschrieben. David говорит so, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. David spricht vom Wort Gottes. Meine Lieben, ich habe ein Thema, über das ich mit euch sprechen möchte. Die Thema, die ich heute sprechen werde, ist, die heißt, die heißt, das Thema heißt wie folgt, Widerstehen. Und den ersten Text Pisanen, ich lege aus dem Epheserbrief, 6. Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr Stand halten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Apostel Paulus hat dann die Gemeinde in Ephesus geschrieben, dass sie die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Und er hat ihnen einen Wunsch hinterlassen, der zu ihrer Zeit sehr wichtig war. Wofür musste man diese Waffenrüstung anziehen? Wofür musste man die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen? Wofür war das notwendig? Um den Kunstgriffen des Teufels zu widerstehen. Ich möchte uns allen noch eine etwas unübliche Bibelstelle anbieten, die sehr selten gelesen wird. Und ich habe den Wunsch, eine Stelle zu lesen von einem Krieg, wo entstanden ist zwischen Saul, 1. Samuel, Kapitel 31, von 1. Vers. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa. Und die Philister drangen auf Saul und seine Söhne ein und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchischua, die Söhne Sauls. Und der Kampf wurde hart gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte vor den Schützen. Meine lieben, im 2. Vers heißt es wie folgt, dass sowohl Saul wie auch seine drei Söhne umgebracht wurden. Wenn irgendjemand von euch zumindest die Anfänge der Königsherrschaft Sauls kennt, dann können wir uns daran erinnern, wie gut es doch gewesen ist. Es heißt von ihm, dass er das Volk Gottes geführt hat. Und nachdem er die Gewissheit bekommen hat, dass er als König gesalbt wurde, in einer Stelle, als er von Samuel nach Hause ging, da hat er sogar prophezeit. Und viele Menschen haben ihm nachgefolgt und er war siegreich. In seinem Leben gab es aber einen Umbruch, wo er aufgehört hat, Gott zu hören. Er hat angefangen, nach dem Wunsch seines Herzens zu handeln. Aus seiner persönlichen Vision heraus. Und er hat eine Niederlage erlitten. In seinem Leben geschah etwas Außergewöhnliches. In seinem Herz, wo er König war, da hat er alle Weisssager, alle Götzendiener hinausgetrieben. Er selbst kam aber in einer zugespitzten Situation selbst dann zu einer Wahrsagerin. Und in einem Kampf mit den Philistern, da stirbt er. Wenn wir darauf geachtet haben, dann wurde in der ersten Predigt, da hat Alex, der als erstes gepredigt hat, er hat so eine Betonung auf die Berufung gelegt, die von Gott für jeden Menschen gegeben wird. Und ich möchte auch davon heute sprechen. Ein Mensch, der sich einmal Gott zugewandt hat, er hat von Gott schon die Berufung. Und auf diesen Menschen hat Gott einen bestimmten Plan. Weil dieser Mensch ein Kind Gottes geworden ist, er hat sich Gott zugewandt. Und Gott hat seine Vorhaben über diese Person. Das war genauso auch bei Saul. Gott wollte, dass er gefestigt wird als König. Und er hatte einen guten Anfang. Aber er hat dann angefangen, das Seine zu suchen. Und es kam so weit, dass er den Sperr nahm und David umbringen wollte. Mehrere Male hat er ihn nach ihm geschmissen und hat in ihm einen Konkurrenten gesehen, deshalb wollte er ihn umbringen. Ich möchte aber unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass der Anfang bei Saul gut war. Und Gottes Vorhaben war durch diesen Menschen, das Herrschaftsgebiet Israels emporzuheben. Wisst ihr, in unserem alltäglichen Leben, wir werden auch mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert, auch wenn wir schon Christen sind. Und der Mensch, der von Gott eine Berufung bekommt, ein Dienst, ihn kann man mit einer Person vergleichen, die an die Front geht. Wenn du an die Vorderste Front kommst, dann wird der Mensch attackiert. Und er befindet sich immer wieder in, ja, der Feind zielt immer wieder auf ihn. Und was möchte der Feind tun? Er möchte ihn vernichten. Er möchte ihn besiegen und vernichten. Und ein Mensch, der eine Berufung von Gott bekommen hat. Er geht in den Kampf, da wo die Mächte der Finsternis anfangen, gegen ihn zu kämpfen. Und er befindet sich in diesem Fadenkreuz. Und dieser Mensch, der an die Vorderste Front geht, seine Aufgabe ist es, den Feind zurückzudrängen und sein Territorium einzunehmen. Ihr könnt euch an das Islamische Reich erinnern, Römische Reich. Und jedes große Land bemüht sich, ein gewisses Territorium zu erobern. Und jedes Imperium erfährt dadurch Widerstand. In unserer Christlichen Leben können wir auch einen gewissen Widerstand erleben. Manchmal kann es auch so sein, dass der Mensch im christlichen Leben vielleicht nicht an die Front gegangen ist. Und er bleibt irgendwo zurück. Er sagt zum Beispiel, ich bin kein Diener, ich bin einfach nur ein normaler Besucher. Aber Menschen, die nicht an vorderster Front stehen, die können auch so wie so einen gewissen Kampf haben. Ich möchte so eine Betonung legen, dass wir als Christen für uns ist es wichtig, dass wir immer als Person wachen. Ich, als Christ, muss bereit sein zum geistigen Kampf. Und um aus diesem Kampf dann siegreich hervorzugehen. Есть такое выражение, Apostel Paul Colossianem говорит in 4.Gl. Er spricht über das beständige Gebet. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid ausdauernd im Gebet. Wenn wir das betrachten, hier heißt es, seid ausdauernd im Gebet. Und der Schlüssel des Erfolgs in ganz vielen Dingen ist Ausdauer. Und um siegreich hervorzugehen im geistlichen Kampf braucht man Ausdauer. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ich habe so ein Bild gesehen, ins Reha-Zentrum kommen häufig junge Menschen, fahren dann auch wieder weg. Aber mir ist aufgefallen, dass Menschen, die sich sofort darauf eingestellt haben, um ein Gebetsleben zu haben, und eine jegliche Möglichkeit suchen, um mit den Menschen im Gebet zu verweilen, und wenn diese Menschen wenn sie in ein gewisses Problem hinein geraten, dann befinden sie sich nicht lange in diesem Problem, sondern gehen aus dem Problem heraus. Weil sie im Gebet von Gott Kraft empfangen. Im Gebet empfangen sie eine göttliche Kraft. Und es fällt ihnen einfacher, in den Kampf zu ziehen. Solche Menschen, die wachsen geistlich auf. Aber diese Menschen, die sich eine Gesellschaft suchen, da wo sie Spaß haben können, meistens bleiben sie auf einem Level. Wisst ihr, weil der Schlüssel jeglichen Erfolgs in der Ausdauer liegt. Und wenn wir beständig im Gebet sind, dann werden wir immer siegreich sein. Und was ist das Ziel des Feindes, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Meine Frage ist, wieso folgt er ständig dem Christen? Dafür, damit die Berufung Gottes nicht zustande kommt in diesem Christen. Das ist sein Hauptziel. Der Feind bemüht sich, dass im Leben eines Christen Gottes Willen nicht zur Erfüllung kommt. Und deshalb versucht er in jeglicher Weise seinen Einfluss vor allem auf diejenigen auszuüben, die an vorderster Front stehen. Und die Menschen, die an vorderster Front sind, sie befinden sich immer dort, wo der Kampf härter geführt wird. Und die anderen, die dann hinter ihnen stehen, ja, befinden sich auch im Kampf. Epheser, Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Hier heißt es über die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich hatte einmal einen Freund, und er war ein Polizist, und der hat Buße getan. Und er hatte einen entsprechenden Ausweis, dass er Polizeibeamter ist. Und in dem Moment, wo er diesen gezeigt hat, dann haben sich die Menschen anders verhalten. Und er sagt, es gab solche Fälle, da wo Unruhestifter gewesen sind, dann, wenn ich meinen Ausweis gezeigt habe, dann sind sie zur Ruhe gekommen. Wenn ich dieses Ausweisdokument gehabt habe, dass ich ein Polizeibeamter bin, dann habe ich eine gewisse Autorität verspürt. Er hat sich immer mutig gefühlt. Er hat sich immer männlich gefühlt. Und er hat sich nie vor jemandem gefürchtet. In seinem Leben gab es keine Angst. Weil er erfahren hat, dass das Gesetz auf seiner Seite ist. Ich habe so einen Vergleich gemacht. In unserem Leben hat Gott eine bestimmte Berufung über jeden von uns. So wie es damals zu Jesu Zeiten war, als er die Jünger dazu berufen hat zum Dienst. Und sie wurden zu seinen Jüngern. Sie wurden Apostel. Aber unter ihnen befand sich Judas Iskariot. Und einmal kam Jesus mit seinen Jüngern in das Haus seiner Freunde. Und eine Frau mit Namen Maria hat ihm die Füße gewaschen mit einem kostbaren Öl. Und einer von diesen zwölf Jüngern Judas er hat ja wie so ein Mitleid bekommen. Aber nicht gegenüber Menschen, sondern ihm war es schade um des kostbaren Salb-Öls. Und er spricht zu den Jüngern. Und er spricht zu den Jüngern. Wäre es denn nicht besser gewesen, dieses kostbare Öl zu verkaufen und das Geld den Armen zu bekommen? Und Johannes der Evangelist spricht. Er hat es nicht aus dem Grund gesagt, weil er sich gesorgt hat um die Armen, sondern weil er ein Dieb gewesen ist. Und Judas ist drei Jahre lang zusammen mit allen Jüngern gelaufen. Aber sein Herz hat er gefüllt mit Geldliebe. Er war an Geld gebunden. Er hatte den Opferkasten bei sich mit Geld, den er getragen hat. Und das hat ihn sehr abgelenkt von dem Dienst zum Herrn. Und sein Herz war verbunden mit dem Geld. Er war ein Mensch, der Geldgierig war. Und Judas kam nicht zustande als Apostel. Dank dessen, weil er ein Dieb gewesen ist, dieser Zustand hat ihn ins Verderben gebracht. Es kam so eine Zeit, als er seinen Lehrer Jesus Christus verraten hat für 30 Silberläden. Und ihn hat das Leben Christi nicht interessiert, ihn hat nur das Geld interessiert. Dann kam die nächste Phase in seinem Leben, dann, wenn dieser Verrat und er hat ihm keine Ruhe gegeben hat. Und er ging hin und begann Selbstmord. Er hat sich erhängt. Und der Feind hat Platz gefunden im Herzen dieses Menschen. Irgendetwas war nicht in Ordnung im Leben von Judas. Wenn wir mit euch über Saul nachdenken, dann hatte Gott gute Vorhaben über Saul. Aber das Herz Sauls war ein Problem. Er hat nicht die Herrlichkeit Gottes gesucht, sondern das Seine. Manchmal denke ich so, nimmt mal einen Drogenabhängigen oder einen Alkoholiker oder einen Ehebrecher. Diese Menschen, haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Sie irgendwann mal zu Drogenabhängigen, Alkoholikern oder Ehebrechern werden? Das Ganze fing immer mit etwas Kleinem an. Jeder von ihnen dachte, ich werde das nur einmal probieren. Ich habe einen Willen und ich werde aufhören damit. Aber du hast keine Macht gehabt über deinen Willen und wurdest abhängig. Und genauso ist es auch mit anderen Sündern. In unserem Leben können wir unterschiedliche Momente haben. Aber wenn wir nicht Christen geworden sind, das nicht bedeutet, dass wir jetzt alles gut sind. Dann bedeutet das bei weitem nicht, dass bei uns jetzt alles gut ist. In unserem Leben kommen auch Probleme und Schwierigkeiten. Es kommen Versuchungen, Prüfungen. Bei Jesus Christus gab es so eine Phase im Leben, da wo es ihm sehr schwer gefallen ist. Naходясь in Gessimansk'em Stadu, он находился в сильном Барине. Als er im Garten Gethsemane sich befand, da befand er sich in einem schweren Kampf. Was war für mich interessant, 30 Jahre lang hat er gespielt. Er ging nicht hinaus auf die Mission, sondern drei Jahre oder nur diese dreieinhalb Jahre hat er gepredigt. 30 Jahre lang hat er sich vorbereitet auf diesen schweren Dienst. Und einmal im Garten Gethsemane, da hat er so einen erbitterten Kampf gehabt. Und der Feind wollte ihn dort auch von der Spur abbringen, damit der Wille Gottes nicht erfüllt wird. Und dort befand er sich im Kampf. Ich kann mich an einen Fall erinnern, ich habe vor kurzem eine Predigt gehört. Dort wurde berichtet über einen Mathematiker, einen Erfinder. Es gab einen Mathematiker, einen Erfinder. Das war zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das war in einem amerikanischen Labor. Und ihm, значит, предоставили работу, он должен был сделать одну работу. Ihm hat man eine Arbeit gegeben, er musste eine gewisse Arbeit verrichten. Значит, die Soldaten hatten gesagt, die amerikanischen Flugzeuge die werden ständig beschossen. und viele Flugzeuge kehren nicht wieder zurück zum Stützpunkt. Und er musste die Ursache dafür herausfinden. Aus welchem Grund sie so viele Flugzeuge verlieren. Und einige Kampfflugzeuge, die eben nach einer Kriegshandlung zurückgekommen sind zum Stützpunkt, hat man ihm zur Verfügung gestellt. Und nachdem er diese Flugzeuge begutachtet hat, hat er etwas festgestellt. dass dann, wenn sie sich unter starkem Beschuss befinden, dann waren meistens die Flügel auf diesem Flugzeug durchschlagen. Der hintere Teil des Flugzeugs diese Flugzeuge kamen zurück. Da der Ingenieur aber sehr gebildet war, hat er sich gedacht, ich muss mich nicht an diesen Flugzeugen orientieren, die wieder zurückgekommen sind zum Stützpunkt, sondern an diesen Flugzeugen, die es nicht geschafft haben zurück zum Stützpunkt, da muss ich erfahren, wieso sie es nicht geschafft haben. Und er hat seine Entscheidung getroffen. Man muss diese Stellen verstärken, da wo sich der Kraftstofftank befindet, da wo sich die Motoren befinden und da wo sich die Kabine des Piloten befindet. Und das hat man getan. Man hat diese Stellen gepanzert und nachdem der Krieg zu Ende gegangen ist, haben die Amerikaner angefangen ihre Verluste zu zählen und auch von ihren Flugzeugen die Verluste und einige Flugzeuge wurden gebracht. Und genauso ist es auch rausgekommen, diese Flugzeuge, in den Ingenier die nicht auf die nicht gepanzert wurden, wie es der Ingenieur gesagt hat, diese Flugzeuge kamen nicht zurück zum Stützpunkt. Die Munition, die hat eingeschlagen in die Kraftstofftanker, Motoren und so weiter. Und die richtige Entscheidung des Ingenieurs führte dazu, dass die nächste Version von Flugzeugen sicherer gewesen ist. Ich spreche es deshalb, weil es in unserem Leben Fälle gibt, Dinge gibt in unserem christlichen Leben, auf die wir gar nicht so richtig achtsam sein können, aber sie entfernen uns von Gott. Und sie können sehr starken Einfluss auf uns nehmen im negativen Sinn. Wisst ihr, etwas Ähnliches geschieht in unserem Leben? Wieso hat der Feind Raum gefunden im Herzen Judas? Er hat sich nicht nach dem richtigen ausgestreckt, nicht nach dem göttlichen, sondern nach dem menschlichen. Dann, wenn in meinem Leben die Prioritäten falsch aufgestellt sind, auch dann tut der Feind mich attackieren. Ich habe in meinem Leben prophetische Worte gehört, die an junge Menschen gerichtet waren. Da, wo Gott sich prophetisch an sie gewandt hat und gesprochen hat, mein Sohn, ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Dienst bereitet für dich. Ich möchte mit dir sein. Aber diese jungen Menschen sind zur Ruhe gekommen nach diesen prophetischen Worten. Sie haben aufgehört, Kraft anzulegen. Sie haben ihr Gebetsleben bis auf ein Minimum reduziert. Die Bibel zu lesen haben sie auch reduziert bis auf ein Minimum. Und im Leben dieser Menschen kam der Plan Gottes einfach nicht zustande. In unserem Leben werden wir auch mit ähnlichem konfrontiert. Und Gott hat weiterhin so einen Wunsch, dass wir zustande kommen in seinem Willen. Wir alle haben eine Berufung, aber es gibt etwas, was nicht sehr stark ablenkt. Es gibt Filme, wo sich der Mensch sehr damit beschäftigt. Filme, die nicht vernünftig und anständig sind mit der ganzen Familie und vielleicht schaut er es auch alleine. Es gibt Internetseiten, da wo sich der Mensch ablenken kann auf etwas Nebensächliches. Und dieser Mensch erleidet dann in seinem geistigen Leben eine Niederlage und kommt nicht zustande als ein Diener Gottes. Gottes Führung kam nicht zustande in seinem Leben. Ich möchte das wie gemeinsam jetzt beten, dass Gott uns hilft seinen Willen in unserem Leben zu sehen und zu erkennen und darin zustande zu kommen. Dass sie erfolgreich erfüllt wird im Leben eines jeden Christen. Lassen Sie zurück knie beugen und beten. zu einem zu